Wir produzieren unseres dritten Albums, mein Gott, deutsche Sprache, schwere Sprache, Somedays und wir haben mal ein Sneakpick einfach mitgebracht, um zu schauen, ob es funktioniert. Es war schon ein Sneakpick dabei, haben wir aber nicht verraten. Wir sind aber, wir werden auch nicht verraten. Somedays, viel Spaß. Somedays, viel Spaß. Somedays, viel Spaß. words, viel Spaß. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020